Musik 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 Wie gesagt, passt auf die Leute drauf auf. Jeder, der jetzt in einen Tower reinkommt, wird einfach erschossen, okay? Ja, ja. Wieso nicht? Wie hast du die Türen wieder zugemacht? Ähm, ne. Mach die mal zu, bitte. Okay. Angekrochen. Egal, greif. Ich kann die aufmachen. Was? Ich kann die aufmachen. Mach. Achso, soll ich's aufmachen? Ja, mach auf, die ist offen, aber mach einfach auf. Die ist offen, aber mach einfach auf, sehr logisch. Genau, perfekt, das ist zu. So. Ja. Soll ich mir jetzt mit dem Helm sehen? Ja, da kann ich auch halbwegs reingucken, ne? Wo geh denn zum anderen Camo-Haus? Oh, das ist hier alles damaged. Was soll das denn? Da ist ja nur eine Kugel drinnen. Läuft. Ey, nimm dir mal die Marken um, wenn du keine Pistel hast. Ähm, warte, ich krieg das jetzt den Hangars wieder. Äh, ich hab ne Pistel, ich hab keinen Marken. Aber keine Munition. Ja, ich hab Munition. Ja, gib mal bitte. Komm hoch. Ich hab die sieben Schüsse hier aufm Boden hingeregt. Leg dich doch hin. Danke. Immer noch keine Bewegung. Guckt bitte um hier und die Woche aufzunehmen. Wollt ihr für's dem Magazin? Nein, dann kann ich da. Ich hab's in die Marken. Oder? Ich ess was. Legt euch da hin. Ich kann euch von hier aus in den Kopf schießen. Ich leg doch. Was ist denn das? Nein, das designt grad wieder. Das war mir. Das wird's für richtig riesig. Achso, nee. Das ist bloß so'n komisches Regal. Das ist aus wie so'n Kopf. Nee, musst du nicht in die Marken reinfahren? Summe. Was ist das denn? Ich wundere mich grad, Alter. Warum ist der nicht? Aber wirklichkeit ist der doch, oder was? Nee, nee. Hey, lad doch die Ammo rein. Was war denn da? Scheiße. Scheiße. Was ist das denn? Ah, Mosin kommt da vorne. Hm. Ich sehe immer noch keine Bewegung. Ja. Wird die irgendwie schon was, nö, ne? Nee. Die erste Nummer. Okay. Ja. Das war grad'n ganz komisches Geräusch. Da hab' ich ja grad'n Magenknurren gehör. Wer rennt da querfell drüber? 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 Wer rennt da von uns? Wo? Der rennt zum Camerhaus. Camerhaus. Kamerhaus. rein verstehen vielleicht treffe ich ihn ja nicht fällt ein bisschen näher ran suchen der ist im obersten stockwerk der sieht ziemlich voll equippt aus ja er hat aber kurz durch die wand durchgepackt mal nicht da kommt wahrscheinlich ein paar reinkommen mal hoch kommen mal hoch dann bleibt man hier bleibt mir hier mit ihren teilen okay nein ich kommt dann noch nicht hoch erst wenn er reingeht erst dann kommt ich kann sein rücken sehen der hat eine armbrust dabei nichts besonderes grüner militär noch einer angerannt noch einer querfels noch einer querfels kann sein dass entweder einer von den würden wenn jemand zu mir hinten rennt sagt mir bescheid okay ich bin genau gegenüber vom kammerhaus der tipp hat auf jeden fall eine waffe das kann ich sagen also seine hatte definitiv eine armbrust dabei das kann ich auch sagen also armbrust und irgendwas aber wir haben anscheinend zusammen oder was ich habe den tipp nicht reinlaufen okay ich sehe einen der nähert sich von links von kammerhaus soll ich schießen der hat einen kammerhut und eine musik nein 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 da geht jetzt ins gebäude rein da geht jetzt ins gebäude rein lassen lassen reingehen lassen reingehen lassen reingehen nicht bewegen okay einer obersten etage drin anscheinend hatte den kann mitbekommen wie einer ist damit roten rucksack musik und bayonette rauf hatte den cowboy gut gehabt an sein ja jetzt sieht sich ihn auch jahr kaum gut hat dann gerade um alles durch den kopfschluss geben ja dann mal stehen du arschlo heiße dass der bagner nehmen getroffen okay einer ist amortesten etage ist er durchgepackt der ist runtergefallen er war eben in der zweiten etage jetzt noch mal der ersten er redet aber wieder auch ich guck mal ein bisschen auf die handlerseite ja okay also ich bin oben wieder gerne mal so dass ich weiß also selber ist rappelvoll alter wir können wir auch keine aber du weißt wenn einer von der seite kommt kann das von hier aus ein kleines bisschen schlecht einsehen ich kann euch dann zwar bescheid sagen ich sehe euer gemäuer von der seite aus aber ich kann das ein bisschen schlecht einsehen okay du siehst die seite vom eingang gell nein ich sehe die seite nicht vom eingang ich bin auf einer komplett anderen seite idioten wenn ich nur durch die fenster durchgucken kann ich durch die türen durchschießen kann dann wisst ihr schon mal wo ich ungefähr bin ah ist ein zaun neben dir ja stell dir vor ich bin hier ne büschen so türen mal türen mal türen mal türen mal türen mal so ein dinger zauern so ein holzzaun was nein bin nicht mal 100 meter von euch entfernt ich bringe ich bringe welcher buschreihe stehst du bitte alter guck mal da ist so ein fetter durchgang das ist ein richtig fetter durchgang fast genau zwölf uhr ähm wenn du auf den wenn du aufs gebäude rauf guckst ungefähr neun uhr von dir ist ein dicker fetter zaun kaputt man kann so richtig durchlaufen und da ist ein bursch direkt davor und da bin ich drinnen ja ok ihr seid solche behinderten blindfische das ist unglaublich eigentlich nein ich renne jetzt nicht raus um euch zu zeigen wo ich bin ne 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 will ich gar nicht ich frag mich was mit dem typ ist mit der armbrust ich auch frag mich da hat sich den moment ausgelockt oder so willst du checken gehen ja ich könnte ja seh ich seh da keinen mehr ich würde euch mal vorschlagen geht einfach mal rein soll man beide gehen wenigstens einmal durch die wand durch wir sind beide Tieren schwerweil offen wir haben vollgemacht ok 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 wir kommen wieder hoch hm ich weiß nicht ey wir hatten die Tieren zugemacht wir haben beide gehen ja nicht weit wenn sie offen nicht rein geht oder hier keine Bewegung mehr im Haus auch nicht an den Fenstern oder so also entweder haben sie hier jetzt bestimmt ausgelockt oder liegt immer noch bewusstlos da ja wird er jetzt hingelegt gucken ob ich gleich mit der wand nein wahrscheinlich nicht rennen nicht rennen das wird noch nicht zuletzt da guckt da guck jetzt nur durch die Wände durch ne versuch ich bin ja nicht ich muss ne andere Wand wählen kann da gar nicht rein gucken also ich kann nicht reingucken leider ich guck grad rein die Fäuste oder wenigstens eine Waffe in die Hand nehmen und dann hoch äh sozusagen einen Anschlag halten erst dann kannst du durchgucken weil sie das nicht ganz bewusst ist ah jetzt hab ich okay untere Phase scheint nichts zu sein mhm und obere könnte man von der anderen Seite gucken die Türen sind zu die Türen sind zu wo oben ok ähm läuft der immer drum da draußen ja ok hier keine Bewegung an den Fenstern ich bin jetzt unten drin unten am Fenster alles drin hier durch ok geh hoch erst du bist anscheinend auch nix los 5 Minuten noch Leute dann geh ich auf ja ok dann geh mal das Typ liegt hier tot nice ich hab ihn gestrochen einer mit Namosin der liegt tot sehr schön bei Namosin Kugeln brauch ich unbedingt ich hab hier nur eine Kugel verbracht ähm der hat nix Namosin Munition der hat nur das was drin ist drin so ist es ruiniert oder so der hat er noch das ist ruiniert der hier hatte ich zum Schuss alles was da Munition da ist wo die Lieben gerne nehmen 20 Schuss gerettet 20 Schuss alles ruiniert bei den Türen ich hab nur einmal gegen den Arm gegen gebolzt das flieh alles auf Mars was denn das an sich das West ich stein halt West geworden bei zu liefern das wird geschaffen hier wird geschossen war ich nicht der scheint anscheinend hinter mir irgendwo zu sein der hat auf uns geschossen ja leg dich hin dann irgendjemand oben wahrscheinlich auf die Hügel rauf zu liegen und dann rumzuschießen dann würde ich mal ich geh auf hinten und ich treff mit dem rein dann würde ich mal ich geh auf hinten und ich treff mit dem rein weil es auch nicht ungefähr wo er her geschossen haben könnte ja da sehe ich noch niemanden weiße Scheiße passt auf jeden Fall auf die andere Umgebung auf ne ich guck auf den Berg rauf also ich kann euch erstmal nicht von der anderen Seite aus safen ja ich will grad drum sehen dass meine Maus uns dafür tat bleibt was ein zweites Bildschirm ist ich mach die ganze meine ganzen Ordner auf also ich minimiere kurz ok ja minimiere weil bei mir könnte sein ich seh ihn ich seh ihn und wo ist er wo ist er warte ich schieße ok kann ich noch näher ranzoomen Bam Kopfschuss wo war der ich war mitten auf dem Feld drauf ich laufe zu ihnen hin seht ihr mich mitten auf dem Feld ja ne Moment ich ich glaub grad nirgendswo nein seh ich leider nicht weil ich hab ich bin grad mitten auf dem Feld ihr müsst mich sehen ohne Witz bleibst du grad hoch oder wie ah doch seh dich seh dich seh dich und genau zu dieser Tannenreihe wo ich grad hinlaufe da lag er drinnen und lustiger ich bin da drinnen doch nicht so ich bin jetzt grad an der falschen Seite scheiße jetzt scheint grad an der falschen Tanne rangerannt ähm ein bisschen daneben glaub ich ich glaub ich gewesen sein ja leute wer hat geschossen ja leute ich wer hat geschossen war ich nicht ich gub rauf ah hier ist ein Typ das finde ich du Dödel wo ist der wo ist der boah ey erschreck mich nicht so du warst grad nicht mal neben mir ey das die kriegen sich welche ich ich will den tower ein gewinnt das auch sein kommt ich bin unten drin ich habe die gerade mit dem kopfschuss gegeben ja ich habe mich gerade gewundert komm wieder hoch also ich schaue gerade nach unten hast du den typ jetzt gefunden? nein scheiße ich habe den mitten einen in den kopf reingebraten er kann unmöglich hier durch die gegend noch rennen selbst wenn dann hätte er mich umgeschossen wir sehen tue ich jetzt keinen ich habe fast die ganze Zeit der Eingang im Blick ich habe fast die ganze Zeit der Eingang im Blick ja jetzt habe ich ihn ich habe ihn wo läuft er? ne er ist schon tot sag mir alles ruiniert ich sehe die gleiche Musik wie ich will die jemand? nein komm mal bitte auf die Hangars da hinten da war gerade Schießerei kurz go ich sehe nix keine Leute sind immer noch drauf ist keiner zu sehen wir sehen sind wir halt gerade Ballereien der selber ist richtig voll wenn da jemand wieder schießen sollte sagt mir einfach sofort bescheid ok die werde ich eigentlich nackt im Haus ach so ich bin ja in der Wand drin oh alter geil zwei pristine Long Ranges sehr schön zombie gerage auf wen? einfach ich habe zombie ragen gehört ähm nur ansatzweise oder den ganzen Rage den ganzen Rage vielleicht irgendwie hier die haben sich auf jeden Fall gerade verflucht oder so oder was der keine Ahnung der keine Ahnung es war ja kurz ne Schichterei da und jetzt bloß haben wir gegenseitig angebrüllt oder was weil die gerade Rage gesagt hat also ausrasten nein 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 ich hab n zombie ausrasten hören die drehen die aber so ab wenn die sind die müssen wir merken ja oh what the fuck das kommt jetzt hin nach oben jetzt hab ich 2 mal die gleiche Mosi mit Pristine Long Range sehr schön der Dreck ist ruiniert deine ist doch ruiniert oder? für deinen Long Range Komm wieder hoch Ich bleibe dir die Türe im Auge So drauf Keiner zu sehen What the fuck Was machst du? Ich hing im Rucksack fest, Mann Komm wieder näher, Garant Okay Halt mich diesmal bitte im Auge, wo ich mich diesmal verstecke Ja Ich seh dich gerade auf die andere Seite, aber hier kommt einfach nicht gar nichts Die Tür ist recht langweilig So, siehst du mich jetzt, wo ich mich gerade versteckt habe Ja, ich seh dich immer noch Okay, perfekt In einem arangenen Busch, gell? Ja Yes Ich bin aber gerade anschauen auf der falschen Position Das ist kein Abendessen Beißen Sie verbrannte Ding rein und decken nur höher Oh, ich höre ein Zombies Also, ob du es gerade an der falschen Seite hält Rechnärte sich dann gleich irgendjemand von den Idioten an euch Bisher noch niemals zu sehen Oh mein Gott, das ist so lächelig, gehen wir in den Tower rein, da haben wir besseren Überblick Ja, mach mal Ja, mach mal Komm runter Ja, okay Ich hab die Türe im Blick Genau, jetzt musst du aufhören und zurück, wenn du dich bewegst Geh Mach die Türe auf, aber geh ganz rechts, geh ganz rechts und mach die Türe auf Mach auf Okay, ist clean Schau kurz hinter uns, also Tower ist uneingefasst, immer noch gleich offen Da hinten sehe ich immer noch nix kommen Ich bin kurz drüber Ich glaube mal, das eine Bürogebäude ist doch gar nicht mal durchgelootet worden Ich glaube auch nicht Und hinten war halt kurz Schießerei Ja, deswegen Obwohl, da hinten war die Schießerei wirklich da, nicht vom Dorf aus oder so? Nein, da hinten Ja, aber ich sehe auch keine offene Tür Ich werde einen laufen, ich werde einen laufen, der kommt zu uns Von den Shelterseite aus oder was? Von den Hangars aus, von den Hangars aus, von den Hangars aus Offene Seite oder geschlossene Seite? Geschlossene Seite, geschlossene Seite Also hinten wo läuft der? Äh, der läuft links rum, wenn du kriegst, also wenn ich krieg den Hangars zu kommen Ja, ja, ich weiß schon wie, ich weiß schon wie, du brauchst nur bloß die Aufnung, geschlossene Seite Guck da hinten, ich kann es verschlechtern Der geht jetzt in die Häuser rein, der geht jetzt da in die Häuser rein Okay, also ich lieg da im Fliege Entweder hier schießt oder ich schieße Entweder hier schießt oder ich schieße Das kommt dein Zeugchen rein, das kommt dein Zeugchen rein LOL Da war ich immer drin Da war jemand drin, ey?! Ja, ich hab noch B-b-b-b-b-b-b-b-b...B-b, hab ich nur gehört Ja Ich sag mal, es wäre ein 4 und ähm, ne Musik... Ne Quatsch-Music sag ich schon ähm, und... genau Hat sich angehört, der ist geil den typ ja auch gar nicht mehr ja auch nicht bestimmt haben sie gegenseitig umgebracht ich würde es abpfeilen es ist wo die schießerei vorhin war wenn ihr jetzt mindestens eine minute lang keine bewegung mehr sehen dann könnt ihr euch sicher sein dass sie gegenseitig umgebracht haben von mir aus ist die tür halt zu leider ich kann nicht reinschauen ich definitiv nicht dran ich bleibe hier schön auf meine position das einzige was ich machen könnte um die deckung zu geben ist auf den tower hoch zu gehen dann sieht dich jeder ja eben das ist lieber das war eine mosin und das war keine mosin eine magnum und m4 magnum ja das kann sein also m4 definitiv m4 hatte der typ den ich gesehen habe aber es ist echt unglaublich dass er mich nicht gesehen hat weil in dem moment wo ich hochgekommen bin und mich geduckt habe also hingelegt habe da ist er genau auf mich mit dem blick auf mich hingegangen das kann sein dass er nicht gesehen hat dass in diesem moment bei der gerannt nein nein der ist ganz schön dann rumgestanden hier um das haus ich mal hochkommen nein bleibt mal und bleibt mal unten guckt auch hinter dir nicht nur vor dir dass auf einmal hinter euch jemand auftaucht ja ich bin da unten im flur als ich sehe alles den punkt kann ich überhaupt nicht einsehen also ich sehe an deutsch keine bewegung wollt ihr einfach mal reingehen doch ich gehe da jetzt rein dann musst du dich aber nicht unten im flur hin platzieren sondern du musst jetzt nach oben gehen und für ihn um das ist den überblick verschaffen ok ich mache das türen auch ist mir egal ob ich sterbe oder nicht ah scheiße jetzt habe ich gerade verklickt soll ich da mit einfach rein rennen oder nein nein du bleibst oben im gebäude drin und safest ich habe mir vielleicht halt so safen hier oben ich sehe mich von hier aus halt nicht du sollst eigentlich bloß die umgebung im auge behalten mehr nicht hier liegt einer tot auf dem boden rein da liegt hier draußen tot auf dem boden dafür guck mal rein also hier da drin niemand hier ist niemand da drin hat sich wohl ausgelockt weil der typ der hier liegt warte mal der hat ne der typ der m4 lebt noch da sind beide gebäude leer das sind immer zwei ich habe den ersten warte 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 den zweiten kurs ja ja zeig dir doch einfach wie er aussieht ah hier liegt der nächste tote sehr schön haben sich gegenseitig nie geballert ja aber hier ist auch keine m4 ne ne dann war hier wohl noch einer mit einem vierhalter drinnen hat den ersten umgebracht den wir vorken gehört haben der ist halt auf die nächste drauf gegangen das war bestimmt auch die typen die da rumgeflogen haben kann das sein warte mal hier sind konflikte ich brauche konflikte ha 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 ist ob hat sie realen fressen auf den stock ne ja man passt auch hinter dir da oben auf ne der ist ja grad draußen ich bin da draußen ich bin da draußen ist okay ich dachte grad ich bin jetzt wieder tower rein ja okay also zwei leichen das heißt auf jeden fall müsste dann bitter dabei gewesen sein du werf nicht anlesen ne Kann sein, dass sie sich in der Zeit ausgelockt hat oder so'n Dreck Nein! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Sehe jemand oder was? Alter! Nein, ich wollte die Türe zumachen und schon wieder, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich seh's doch nicht. Mach die Türe von oben zu, bitte. Von oben zu machen? Ja, von oben zu machen. Was ist denn jetzt los? Ich wollte die Türe schließen, okay? Und immer wenn ich die Türe geschlossen habe, bin ich draußen gelandet. Hehehe, oh nein. Also ich hab Konflex, ich geb mir jetzt erstmal ein bisschen. Und ich lock mich jetzt aus. Boah, Alter, ey, ohne Witz, das sind jetzt schon fast ein Viertelstunde noch weiter hinausgezögert. 23 Leute sind auf dem Server draußen, what the fuck. Alter, wir haben schon, ich hab schon fast halbe Fünf verpasst, Alter. Ich lock mich jetzt hier aus, ich lock mich. Nicht oben, nicht oben auslocken, geh. Nein, 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 nein. Eine ist sowieso nachher, Spannung. Ja, okay, dann geh mal jetzt mal raus hier. Warte, ich lasse vorbei, ich wollte die Karte auslangen. Pass mal kurz auf mich auf. Du, die sind in der Wand außen drin, toll, das geht sich jeder von draußen. Garde, YOLO. Genau, was ich vorhin geschrieben habe. Nein, sorry, ich hab euch alle verarscht. Sorry, we starten in zwei Minuten, weil ich Bock drauf habe. Und neues Loot brauche. Und hab mir noch Screenshot gemacht, den lad ich mal hoch. Ich hab's mal doch geil gesehen. Was für Essen machen, weil ich so hungry bin. Lass das nicht. Ich mach mir wahrscheinlich eine Pizza oder sowas. Ach du Arsch, ich will auf. Ohne, nein, ich hab keinen Bock, Pizza zu machen. Ey, Mertz, mal, habt ihr das wirklich jetzt gerade nicht aufgenommen? Nein, ich nehm schon die ganze Zeit auf. Ich geh immer noch. Ah nein, das ist schön. Kannst alles für eine gute Hidle reinpacken. Ich lock jetzt auch aus. Hast du die wirklich jetzt heute noch fertig? Was? Wie ist das? Ja, die muss ich jetzt noch ändern. Also ich mach jetzt wieder Stop. Also Tschaußen hier.